Ja moin moin und hallo, heute mal ein kurzes knackiges Video zum Thema interne Verlinkung automatisieren bei WordPress. Ganz ganz einfach mit dem Interlinks Manager, wir haben lange nach verschiedenen Plugins gesucht und sind einfach hier bei diesem Plugin hängen geblieben, setzen die kostenwichtige Version ein und damit kann man die interne Verlinkung einer WordPress Webseite analysieren, aber auch steuern, automatische interne Links setzen lassen und so weiter. Funktioniert alles sehr, sehr zuverlässig, man kann verschiedenste Einstellungsmöglichkeiten vornehmen und wie das Plugin funktioniert, zeige ich dir in diesem kurzen Video, viel Spaß damit. Bei der interne Verlinkung kann natürlich eine Menge schief gehen und da ist es eigentlich immer ratsam von Anfang an, wenn man zum Beispiel eine neue Webseite erstellt, einen Relaunch vorhat, etc., wenn diese interne Verlinkung gar nicht händisch setzt, sondern diese automatisiert laufen lässt über ein Plugin, ist natürlich immer ein kleines Risiko, was ist, wenn der Betreiber dieses Plugins dann irgendwann aufgibt, das Plugin nicht mehr weiter betreibt, ist natürlich ein Risiko, aber wie so alles im Leben ist immer ein Risiko. Du sparst dir halt eine Menge, Menge Arbeit, wenn du diese internen Links nicht händisch setzen musst und mit diesen Analysefunktionen dieses Tool oder dieses Plugin auch bietet, dann hast du einfach ein sehr, sehr starkes SEO-Plugin für deine internen Links und deswegen empfehlen wir das auch und setzen es selbst sehr, sehr häufig an. Ganz kurz, kleiner Disclaimer, wir wurden nicht bezahlt, ich höre mich jetzt ein bisschen zu überschwänglich an, aber wir haben halt wirklich sehr, sehr viele interne Links-Plugins ausgetestet und die waren alle ziemlich katastrophal und das Plugin, da bin ich wirklich sehr, sehr happy, dass wir es gefunden haben und lang genug geredet. Wir haben auch ein Video dazu zum Thema interne Verlinkung allgemein gemacht, was man dazu beachten hat, welchen Show-Notes mal verlinken, ist gar nicht so alt, das Video, ich glaube eine Woche, und das auf jeden Fall auch anschauen, wenn du dann auch Detailfragen hast. In diesem Video möchte ich nur das Interlinks-Manager einmal vorstellen, wie man es konfiguriert. Genau, man ist dann hier schon, wenn man das Plugin installiert hat, egal ob kostenlose Version oder kostenwichtige Version im Interlinks-Manager-Dashport und kann man hier schon mal die ersten Verlinkungen analysieren lassen. Ich bin jetzt hier auf fabianauler.de, das ist jetzt keine optimierte Webseite, das ist nur so eine Art Visitenkarte für meine Person. Optimiert ist unsere Reaktur-Webseite, aber nur zum Zeigen reicht eigentlich hier fabianauler.de und ich habe jetzt einfach mal Generate Data geklickt, um einfach zu sehen, hey, wie ist denn aktuell der Stand bei den Postings, wie werden die entsprechend verlinkt und da ist die interne Verlinkung natürlich sehr, sehr schwach, weil ich da auf dieser Webseite bisher sehr, sehr wenig gemacht habe und das wird mir auch entsprechend angezeigt, wenn ich auf Linkkraft gehe, also auf Juice, klicke hier auf Generate Data und dann zeigt ihr an, hey, was wird denn wie stark aktuell verlinkt und man sieht halt, hey, Impressum und Kontakt sind momentan die Seiten, die die meisten Linkkraft weitervererbt bekommen oder überhaupt bekommen und das ist natürlich nicht ganz so nice, wenn man die Seite optimieren wollte, dann müsste man schauen, hey, zum Beispiel die Leistungsseiten, die sind zum Beispiel wichtig oder irgendwelche Blogartikel, die möchte man, zu denen man lenken möchte, das ist zum Beispiel wichtig. Also hier auch die Gefahr bei so einem Interlinks-Manager-Blogin, dass man halt einfach auch zu viel verlinkt, dann hat man irgendwann Unterseiten, wo jedes zweite Wort verlinkt wird, da muss man natürlich auch aufpassen, alle 500 Wörter, zwei, drei interne Links ist noch okay, manchmal reicht auch nur ein internen Link oder manchmal hat ein 1000 Wörterartikel nur einen internen Link, wenn es nicht anders passt. Also nichts gezwungen, irgendwie, es müssen jetzt auch 50 internen Links irgendwie rein, das wäre natürlich ziemlich fatal, weil je mehr internen Links du hast, desto mehr Linkkraft geht natürlich auch flöten. Die Reiter Hits und Wizard, die können wir jetzt mal überspringen, die sind jetzt erstmal nicht wichtig, bei Hits sieht man einfach nur, wie oft welche internen Links angeklickt wurden, weil das Plugin ja relativ frisch noch installiert ist, jetzt hier wird man entsprechend nichts sehen, deswegen Wizard ist einfach nur eine kleine Übersichtstabelle, die braucht man auch erstmal nicht. Wichtig ist dieses Formular hier, Create New AI L, das bedeutet eigentlich nur, dass ich jetzt hier dem Plugin sagen kann, welche Wörter er wie oft verlinken soll, auf meiner Seite automatisch. Und das ist sehr, sehr cool und einfach mal als Beispiel, jetzt hier der Name ist, das siehst nur du im Backend, das sieht jetzt nicht Google oder deine Besucher, das sind dich später für die Orientierung, wenn du mehrere internen Links gesetzt hast, damit du das in die Übersicht behältst. Wir sagen einfach, wir wollen den ersten internen Links setzen und zur Orientierung nennen wir den ja auch SEO-Kategorie, auch zum Clustern, wenn du wirklich hunderte von Millionen von internen Links gesetzt hast, dann kannst du die auch nach Kategorien clustern, das ist aber in der Regel schon ein bisschen überoptimiert, wenn du zu viele internen Links gesetzt hast, deswegen hier vorsichtig sein. Kategorien brauchst du in der Regel dann auch nicht da zuzuordnen, weil du eh nicht so viele hast in den meisten Fällen. Keyword hier kannst du dann wirklich sagen, welcher Begriff soll denn wie verlinkt werden und wir sagen einfach mal, der Begriff SEO, wenn der vorkommt auf irgendeiner Unterseite, dann soll der entsprechend verlinkt werden. Müsst natürlich auch sagen, wohin soll denn verlinkt werden. Einfach mal ein Beispiel, wir nehmen jetzt hier die Leistungsseite, SEO, die soll jetzt hier verlinkt werden. Ganz, ganz wichtig, nur den Pfad nehmen, also sprich, den Domain-Namen raus, einfach nur den Pfad nehmen. SEO soll dann hin verlinkt werden. Der Title ist, wenn man mit der Maus drüber geht, dann erscheint so ein kleines Mini-Pop-Up und ja, wird einfach der Titel benannt. Man kann es SEO nennen, man kann es rauslassen, man kann auch einen alternativen Namen nennen, dass der Nutzer zusätzlich weiß, worum es denn bei der verlinkten Seite geht. Aus SEO-Perspektive ist das eigentlich relativ egal. Open New Tab würde ich auch eigentlich lassen, weil interne Links auf New Tabs zu öffnen, ist ein bisschen nervig für die meisten Nutzer. Nofollow auf gar keinen Fall machen, ist ja klar, interne Links auf Nofollow zu setzen, verlierst du Linkkraft. Und warum verlinkst du intern, wenn du gar nicht willst, dass der Google-Bot diesen Links folgt? Also es macht gar keinen Sinn. Du kannst vorgeben, welchen Artikelarten überhaupt diese internen Links gesetzt werden sollen und sollen auf Seiten oder auf Beiträgen verlinkt werden. Du kannst sagen, hey, auf Beiträgen ja, sagen wir auf Seiten ja, auf Beiträgen nicht. Dann lösst du Post, dann ist nur Pages, also werden nur Seiten verlinkt. Wir machen das nochmal rückgängig, aber Case Intensive Search, das können wir auch alles auf No lassen. Left Genere, das können wir alles so lassen, wie die Voreinstellungen sind. Dann extrem wichtig, Limit ist 100 gesetzt. Hier bitte immer auf 1, weil ansonsten, wenn du 100 setzt, dann bedeutet das, dass auf einer Unterseite, wo der Begriff SEO vorkommt, wenn der 100 Mal vorkommt, wird auch 100 Mal dieser Begriff SEO verlinkt. Dann hast du 100 interne Links, aber nur der erste interne Link wird von Google gezählt und so hundertstelst du diese Linkkraft und das ist sehr, sehr schädlich. Deswegen immer nur Limit 1 setzen. Es soll nur einmal dieser Begriff dann pro Seite, pro Page und pro Post verlinkt werden. Sehr, sehr wichtig. Und ja, dann kann man das Ding auch schon adden und wir gehen jetzt mal ins Analyse-Dashboard und gucken mal, ob der das schon verlinkt hat. Genau, wir klicken auf Generate Data und sehen, dass der genau 9 auf 9 Seiten entsprechend schon verlinkt hat. Er zählt natürlich nur die interne Linkkraft. Er sieht jetzt nicht von außen, ob irgendwelche Backlinks gesetzt wurden. Deswegen ist dieser Juice immer nur ja intern anzusehen, wenn du natürlich Seiten hast, die extern sehr stark verlinkt worden sind. Diese Linkkraft sieht er natürlich dann nicht. Das musst du dann mit Gephy und anderen Tools dann nachanalysieren theoretisch. Das geht alles schon sehr, sehr krass ins Detail. Ich würde dieses Video eher relativ einfach behalten. Das allerdings mal so ein Beispiel, wie man so einen internen Link automatisieren kann. Und ja, das ist natürlich super praktisch, das dann nicht händig auf allen Unterseiten selbst machen zu müssen. Und das Plugin kann das einfach sehr, sehr gut. Und wir sehen jetzt auch hier auf der Über-Misch-Seite, dass er jetzt hier den Begriff SEO zum Beispiel schon automatisch verlinkt hat. Und ja, genau so funktioniert das. Also ich kann auch sagen, hey, wir gucken mal den Title an. Suchmaschinen optimieren. Er hat den Title auch übernommen. Also sprich, das ist dieses kleine, kleine Box, die dann aufploppt. Also da kann ich jede beliebige Information entsprechend eintragen. Also es funktioniert auf jeden Fall. Und so gehst du dann einfach vor. Wie gesagt, sehr, sehr wichtig, dass man jetzt hier nicht jeden beliebigen Begriff da einbaut, sondern wirklich schaut, hey, nur die wichtigsten Seiten sollen verlinkt werden. Nur die wichtigsten Seiten sollen wirklich diese interne Linkkraft bekommen. Im meisten Fällen ist man eben kein Wikipedia und kann nicht jedes zweite Wort intern verlinken. Lieber, dass diese internen Links ein bisschen minimieren, aber dafür wirklich gezielt auf die wichtigsten Leistungsseiten zum Beispiel. Oder Seiten, zu denen du halt eben ranken willst, gut ranken willst. Da entsprechend die internen Links immer konsistent draufsetzen. Wir gehen zu Options. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt noch. Da kannst du natürlich viele Voreinstellungen noch nehmen, die dir dann sehr, sehr viel Arbeit noch ersparen. in Standardoptions ist hier dieses Limit immer auf 100 gesetzt, auch hier auf 1 setzen, das ist immer wirklich nur ein Begriff. Also wir sehen im Beispiel SEO, dass immer nur, nur einmal SEO verlinkt wird und nicht alle anderen Begriffe hier. Also wenn ich ein Limit auf 100 gesetzt hätte, dann hätte hier alle weiteren Begriffe SEO verlinkt intern und das wäre dann einfach doppelt gemoppelt und wie gesagt, dann würde sehr viel Linkkraft verloren gehen. Deswegen Limit direkt auf 1 setzen, dann passiert da nichts. Und die weiteren Punkte kann man eigentlich fast überspringen. Was wichtig ist, ist der Advanced-Bereich. Hier, wenn du Elementor nutzt, sehr, sehr wichtig, die Filter Priority auf diese Zahl setzen. Die kann ich gerne in den Shownotes noch kurz posten, damit du jetzt hier nicht abtippen musst. Musst dich beim Support auch nachfragen, weil wir haben einige Kundenwebsites, die Elementor nutzen. Da kann man sich natürlich drüber streiten. Ist natürlich ein sehr, sehr starker Page Builder, der aber SEO-technisch auch immer uns vor einigen Herausforderungen stellt. Da hat das Plugin zum Beispiel auch gar nicht funktioniert. Und der Support hat geschrieben, wir sollen die höchste Filter Priority setzen. Was für ein Wort. Und das ist genau diese Zahl. Also frag mich nicht, warum diese Zahl ist. Das ist einfach so. Und was ich sehr, sehr cool finde und sehr, sehr stark finde, ist, man kann hier noch weitere Tags angeben oder HTML-Elemente angeben, die nicht intern verlinkt werden sollen. Das war auch das große Problem bei vielen kostenlosen SEO-Plugins, die interne Verlinkungen auch anbieten. Die haben dann die H1 intern verlinkt, nur weil der Begriff davor kam. Oder die H2, die H3 oder irgendein Bild verlinkt und so weiter. Das war ein totales Durcheinander. Und das kann man auch über das Interlinks-Manager wunderbar steuern und sagen, hey, alle Überschriften, H1, H2, H3, H4 und so weiter, die bitte nicht intern verlinken, auch wenn der Begriff davor kommt. Also sehr, sehr stark auf jeden Fall, was man hier alles machen kann, auch hier mit einer guten Berg-Blog-Funktion natürlich, dass man hier auch entsprechend Sachen schützen kann. Also hier gerne ein bisschen rumspielen und ein bisschen schauen, was man hier alles intern verlinken kann. Ist ein super starkes Plugin. Wie gesagt, heute mal nur ein kurzes Video und würde sagen, wenn englische Fragen hast, dann ab dir mit den Kommentarbereich. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Hau rein, mach's gut. Ciao.